Jo! Hallo! Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Nein! Doch! Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Du brauchst mir jetzt auch nicht dazwischenreden. Viele Kategorien. Wir haben... Das sind sechs Stück. Kannst du zählen? Wir spielen eine Runde Stadtland-YouTuber. Die Jungs von Gewitter im Kopf sind dabei. Sind mit dabei. Mein Satzbau leidet ein bisschen. Das ist aber nicht so schlimm. Tim ist sowieso geistig abwesend, weil gestern Abend gab es wieder eine heiße Vete. Ja, eine heiße Vete. Alle sehen es. Ich habe keine Probleme. Ja, wir haben wieder sechs wunderbare Kategorien. Einmal Stadtland-YouTuber-Sexualpraktiken. Grund für einen Twitch-Band und eine Geldanlage. Ich bin mir sicher, dass ihr euch bei den letzten drei Sachen wahrscheinlich gar nicht damit auskennt. Wobei ich gerade sehe, ihr habt echt fette Uhren beide. Ihr seid schon? Zeig mal. Hilfiger. Versace, Digga. Das gefällt. Ich habe schon was in der Türkei mit Lura. Das stimmt nicht. Die Uhr kostet 6000 Euro. Ihr seid ziemlich reich. Das freut mich doch. Sehr schön. Ich gönne es euch. Zumindest ihm. Ich würde sagen, wir fangen an. Hast du das verstanden? Ähm, ja. Sehr gut. Ich muss zugeben, ich habe gerade nicht zugehört. Aber ich weiß, wie wir das hier sind. Willst du es so machen, dass jeder zu Ende schreiben kann? Nein! Und dann abbrechen einfach. Ich wollte dich im Gesicht treffen. Ja, danke schön. Der war beim letzten Mal auch hier. Ist dir das eigentlich bewusst? Das ist mein Bruder. Sag mal Buchstaben. A. Okay, du zählst im Kopf weiter. Damit du weißt, wie das geht. Oder? Stopp. Okay, 3, 2, 1 und los. Was steht da Band? Ach Land. Ähm. Oh Gott, bei Sexualpraktiken, Geschlechtsverkehr. Das habe ich geschrieben. Ich bin ja schon fertig, ich bin so ein Tier, ne? Nein, weg nicht ab. Stopp. Hör auf zu schreien. Wieso hast du denn nur 2 Sachen stehen? Das sind 3. Das sind 3. Digga, man kann nichts lesen. Digga, hast du einen Schulabfluss? Wir fangen gerne bei dir an. Was hast du für eine Stadt? Groß Gera. Groß? Gibt es das? Lass mal durchgehen. Gibt es das? Ich habe Gera und Stein. Was hast du? Gelsenkirchen. Gut, da kriegt jeder von uns 10, ne? Oder? Ja, ja. Nee, 20, nee. 10. Du Arschmaus. Ja, Entschuldigung. Ich krieg 12. Doch, ich hab da 12. Nein, du kriegst 10 Punkte. 10 Punkte, so wie jeder hier. Gut. Land. 10 ver... Was habt ihr bei Land stehen? Griechland. Gibraltar. Georgien. Boah, wir sind alle gut. Wirklich. Also, Geografie sind wir stark, ne? Youtuber. Gewitter im Kopf und Gomma HD. Kennst du Gomma HD? So, ich denke nicht, weil du so einen gekannt hast. Würdest du sagen, ihr seid eher Youtuber oder Journalisten? Hä? Journalisten? Künstler, oder? Also, ich würde lieber Youtuber sein, weil ich will kein Journalist sein. Ihr seid aber eher Künstler, oder? Ja, auf jeden Fall. Musiker, ne? Ja. Hm. Wir machen seriöse medizinische Aufklärung. Das merkt man, wenn ich Eier werfe. Hä? Und jeder von uns 10 Punkte... Kritisierst du das etwa? Nein! Sexualpraktiken? Ich wollte mich schlechter. Ich hab ganz tiefer Deep Thrower stehen. Okay, da hab ich 10 Punkte und ihr habt gar nichts, okay? Ich krieg trotzdem 10. Nein! Doch! Nein! So funktioniert das Spiel nicht, Mann! Ich bin der Leiter des Spiels. Tobi ist der Leiter des Spiels. Geh ich gehabt! Nein! Okay, Grund für'n Twitch-Mann? Geschlechtsverkehr. Was hast du durchsteht? Nichts. Ich hab ganze Scheide in die Camp. Also, ich hab nicht nur so ein bisschen... Also, diese Börder davor, ganze... Vor allem, du hast zweimal ganz. Erstmal ganz tiefer Deep Thrower. Ja, ganz tief. Ja, geben wir 5, okay? Aus Mitleid. Ja, komm. Man kann einfach so einen Adjektiv wie ganz davor setzen. Ja, genau. Oder ganz als Tier auch. Ich meine, das ist kein Adjektiv. Ganz S***. Egal. Und Geldanlage habe ich gute Immobilie. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ey, hör auf! Ich hab nichts. Ja, 5 Punkte schon, oder Tobi? Da würd' ich sagen 1 Punkt. 1? Es gibt keine 1 Punkte! 1 Punkt! Scheiß drauf, Digga! Tobi sagt ein Buchstaben. Okay. Stopp! Zieh. Okay, 3, 2, 1, go! Stopp! Ja! Fangen wir an mit Start. Was hast du da stehen? Ich hab da Camden zum Chicago. Ich hab Cuxhaven. Das ist ein Zehner für jeden von uns. Cuxhaven. Cuxhaven ist gut, ne? Was hast du bei Land? Costa Rica. Ok. Ah, Kanada. Jeder ein Zehner bitte. Es wird beides mit K gespielt. Ich hab Kolumbia. Kanada, Kanada, Kanada. Wir machen das aber auf Deutsch. Nein, wir machen das nicht auf Deutsch. Wir machen das auf Deutsch. Die halten sich nicht an die Regeln. Nein, Deutsch. Also ihr habt beide Null. Scheiß, Digga, Scheiß. Ihr Kleinfätzchen. YouTuber hab ich Camellia Minikuta. Ich hab Chantal. Miss Miniputa. Miss Miniputa? Ja, was hast du denn? Chantal. Wer ist Chantal? Es gibt safe alle, die Chantal halten. Ach, Digga, ja, Junge. Was ist das? Tobi? Nein, Digga, verpiss dich, Alter. Es war rum, Digga. Null, null. Hier, weg. Der Quizmascher sagt, ich krieg's den Punkt. Dann krieg's den Punkt. Bei Sexualpraktiken hab ich einen Kampshot-Wettbewerb. Ha, das ist gut. Hab ich nicht. Legitim. Hast du noch nie gemacht? Nee, hab ich... Beide nicht. Hast du schon mal Kampshot-Wettbewerb mitgemacht? Reden wir nicht drüber. Grund für Twitch-Man hab ich Coochie vom Hund ge... Stopp! Oh, nein! Coochie ist... Erkannt, du wirst selbst vermisshandelt. Okay, was hast du da stehen? Chloroformvergewaltigungen. Pfff! Also das, wenn man das macht, dann wird man safe gebannt. Twitch-Man, oder? Dann wird man aber nicht nur von Twitch gebannt, Digga. Dann kriegst du auch noch ganz andere Sachen. Du wirst aus dem Leben gebannt. Ja. Was hast du da stehen? Chemische Substanzen live inhaliert. Ich glaub, wenn du plötzlich irgendwie Abflussreiniger oder sowas ziehst, dann bestimmt auch. Könnt ihr mit Monta, wenn ihr in Hamburg seid, machen. Ich würd mich drüber freuen. Geldanlage hab ich Karlsbad in Brühl gekauft. Ich hab Chemiebaukasten. Was? Das ist also... Es gibt Leute, die sammeln diese Galileo Chemiebaukästen. Moment, also wenn du jetzt gesagt hättest Chemiebaukasten um Crystal Meth oder Crystal Meth als Geldanlage... Ja, da steht ja ein kleiner drunter. Da steht gar nichts. Ha! Du Missgestalt. Das ist mein Hund. Ich brauche besser als du. Der ist voll weich. Der ist fast so weich wie die. Der ist der Lilly. Der ist der Lilly. Er kann, ich spiele jetzt mit. Ich krieg einen Zehner. Du kriegst für den Chemiebaukasten gar nichts. Warum nicht? Für nix krieg ich nix. 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 Sehr gut, okay. Ich würde sagen... Ihr seid gerade noch beschäftigt. Ich sage... C-Fleisch. Du musst Stopp sagen. C. Moment, warte. Während er meine Finger frisst, kann ich nicht mitschreiben. Du musst Stopp sagen, Mann! Warte. Nein, ich kann noch nicht mitschreiben. Ich bin schon wieder bei A. Okay. Stopp. Kuh, Digga. Willst du mich verarschen? Boah, das ist krass. Nee, der Kuh. Können wir jetzt kippen. Doch, wir machen Kuh. Bro, es gibt viel. Es gibt kein Land mit Kuh. Kolumbien. Stopp. 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 Okay. Ach, M. Okay, ja. M. 3, 2, 1, los. Stopp. Stopp. Was hast du bei Land, mein guter? Fangen wir bei Stadt an? Da steht Montevideo. Bei Land. Nee, bei Stadt steht Montevideo. Ich hab Land und Stadt vertauscht. Ist das schlimm? Ja. Scheiße. Doch, doch. Eigentlich schon. Doch, ich Digga f*** dich mal. Nein, das machen wir hier nicht. Das machen wir. Finger weg. Das machen wir so. Montevideo ist die Hauptstadt von Uruguay. Ja, glauben wir dir. Ja, ich hab da Marokko stehen. Das ist aber keine Stadt. Ach wirklich, Mann? Vielleicht hab ich mich vertan in den Zeilen. Marbella wärs dann gewesen. Ja, aber das steht halt bei Land leider, ne? Das ist so ein Missgeburt, Alter. Tobi, 5 Punkte? Ja, für 5. Ja, der wird gefeuert. Ja. So, was hast du da stehen? Magdeburg. Du hast immer Magdeburg. Hast du dich eh schon in Magdeburg irgendwo? Nein, da war doch grad kein M-Flo. Du hast immer Magdeburg. Madagaskar. Hab ich Marokko. Ja, 5 Punkte. Mazedonien. YouTuber hab ich Mrs. Bella oder Minikuta. Ich nehm Mrs. Bella bei Minikuta. Hatte ich schon mal. Was hast du da stehen? Nichts. Da steht ein Mon. Der ist ja bei Twitch, ne? Ja, aber Montana Black ist auch ein YouTuber. Echt? Ich hab Mitchell88. Nein! Jetzt gibt's nichts. Hier, guck. 17.000. Aber dann, ja. Willst du mich verarschen, Alter? Ich will dich verarschen. Was sagst du dazu, Tobi 10? Wobei? Bei Mitchell88. Ja, wenn's die gibt, ja. Sexualpraktiken, männliche Peneln anal einführen. Ist ne Sexualpraktik. Aber das heißt doch einfach anal, dann. Wie viel Punkte, Tobi? Ich hab da gar nicht. Masturbieren ins andere Geschlechtsstyle hab ich. Wie willst du ihn an anderen Penis masturbieren? Äh, Penis. Geschlechtsstyle ist nicht nur Penis. Oh, oh, mit Frauen macht man das ja. Was hast du da stehen? Nichts. Okay. Ich hab, äh, bei Grün für Twitchband, Masturbation im Kindergarten. Was hast du? Ich hab unterge... Was? Aber vor Camp. Aber vor Camp. Digga, okay, ja, ja. Das kommt in der Eifel häufiger vor, oder? F.I.V.D., oder? Hm. Lass dich im Mord verlaufender Kamera. Perfekt, Digga. Geldanlage McDonalds Franchise. Marzipankuchen, der von Angela Merkel angeleckt wurde. Ich weiß ja nicht, wie wer denn den will, aber... Safe. Mercedes Oldtimer. Ja, dafür gibt's zehn Punkte für... ...und es muss sich Kümmer geben. Ey, ja, krass. Die Kamera gibt's. Du musst jetzt runterzählen, okay? Okay, Start. Eins. Ich zähle. A. Stopp. Stopp. L. Okay. A.L. So, ich starte die Aufnahme. Tobi. Stopp. Ja, Alter. Beginnen wir mit meiner Stadt. F***. Nicht schon wieder falsch rum. Du, Alter. Aber diesmal gilt es zum Teil. Ja, Luxemburg ist auch ne Stadt. Ich hab das auch als Stadt. Da tauscht das lieber, weil dann krieg ich zehn. Gut, fünf für Luxemburg. Was hast du? 30. Bei Land, ja, hab ich da... Also, ich hab halt Langenfeld als Stadt dann. Also, fünf wieder. Was hast du bei Stadt? Lichtenstein. Ja, zählt. Das hab ich bei Land. Ja, gut, ich hab halt verkauft. Ich hab Luxemburg. YouTuber hab ich Loser-Koeffizient. Licher Luca-Sevive. Tobi Luca-Sevive. Zählt das? Das zählt! Das zählt! Ja, komm Scheiße. Was hast du da stehen? Nix. Ja, dachte ich mir. Dann hab ich Sexualpraktiken, längliche Gegenstände ins Festloch einführen. Ich hab Lutschen, bis das Weiße kommt. Ich hab einfach Lutschen. Ja? Du machst das auch schon mal ganz gerne, ne? Nee, eben nicht. Ja, geil. Das bedeutet ja. Nein, das bedeutet... Doch! Nein, wenn ich sage... Ja, okay. Das sind Zähne. Was hast du da stehen? Lutschen, bis das Weiße kommt. Kinderchokolade, ne? Ja. Ja. Was hast du? Lutschen einfach. Ja, kriegt ihr beide fünf. Dann muss ich sagen... Dann denn fünf? Ja, weil ihr beide Lutschen habt. Bei mir steht nur Lutschen. Bei mir steht nur Lutschen. Ja. Scheiße. Gut. Grund für Twitch-Brand. Lange immer Drogen genommen. Nein. Fünf Punkte? Lange überdrogen. Scheiße drauf, Digga. Was hast du da stehen? Ich hab Lichtausbumsen an. Da kannst du auch jetzt keine Punkte geben. Ich hab's. Kannst aber nicht gewonnen werden, weil man es nicht sieht wirklich. Ja, eben. Was hast du da stehen? Nichts. Und Geldanlage hab ich ne Luxusjagd. Doch, nachts nicht Kamera. Hat kein Streamer, du auszählst. Hat keiner. Hat niemand. Wer wär sowas denn nicht? Luxusjagd ist eine Szene. Gut, wir rechnen kurz zusammen. 100. Hä? Ich kann nicht, was 100 zählen. Das ist riesig. Ich hab 175. Wie hast du gewonnen? Ja, ich bin halt schlau. Nein. Doch. Nein, das kann ich... Wenn ich das hier die ganze Zeit vertauscht hätte... Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle durch mit... Nein. Du lässt... Kommst du den Stift? Geh den Stift einfach zurück. Geh schnell den bisschen. Gut. Das war's für diese wunderschönen Runde von... Stadtlands YouTuber. Stadtlands YouTuber. Stadtlands Gisela. Ich würde sagen, meine Freunde... Die Kamera hier hinrichten. Der ist hässlich. Ja. Ich würde sagen, das war's für ein wunderschönes Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben noch ein Video mit Gewitter im Kopf gedreht. Das kommt wann raus? Du hast eh keine Ahnung, wo wir dann abgehen. Ja, lol ey. Das kommt auf jeden Fall noch, ne? Das war's für dieses wunderschönen Video, meine Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Das war's. Tschüss. Snider ist alles fit und nicht aktiv. Das war's für diesen Tag ist es styles. Das war's für eine gutart investigators, which we had... Großer es assemble. Nach hits. Euro había nen Radio 2. Oh, Gott. Oh, Gott. exercätower Man奇 ruhiger. Gut. Allом.